Boozhoo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Hier ist Jin Yakuza mit einer neuen Folge von Resident Evil 7 Biohazard. So meine liebe Freunde, wir sind jetzt bei das Haus des verrücktes Ladies und ja, tut mir leid, ich habe vergessen wie es da weiter ging, weil ich habe geschlafen, total vergessen, ja wie es da weiter geht, lasst ein Abo, lasst ein Like, los geht's, zuerst mal alles kontrollieren. So, was steht da, dass der giftige Räuber das Gemälde zeigt, eine im Netz gefangene Schmetterling. Nein, da will ich erstmal noch nicht machen. Nix. Öh. Das muss der Stadion. Scheiße. Geh doch mal weg, du dämliches Scheißding. So. So, vorbei. Hallo, Flieger. Was soll das? Hallo, Flieger. Haha, scheiße. Nein. Hallo, Flieger. Was ist denn da drin? Ein Kraut. Das ist ganz schönes. Nur ein lächerliches Cloud. Christoph, ich habe nichts. Ich klappe mir alles noch. Ich bin nicht hier richtig, Speicherplatz, okay. Aber nicht wundern, Leute, weil speichern tue ich immer. Sicher ist sicher. Ja, bitte, wiederhole es nicht mehr an der Wand. Ich brauche ein Gespeicher. Flammgranate. Ich kann hier nichts kombinieren. Das ist verfickt schlecht. Ich glaube, ich habe es vergessen. Verdammt. Okay. 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 Und was soll ich denn da machen? Keine Wichser. Okay. Nehme ich mein scheiß Psychotikum. Ah. Da. Mal. Nee. Leute, ich kilometerje! Scheiß? Hallo. Hallo. … Alter, das war ja schwer zu übersehen. Alter, das war ja schwer zu übersehen. Alter, das war ja schwer zu übersehen. Da gibt es noch einen Raum, da gibt es noch einen Raum. Das war ja schwer zu übersehen. So. Ein Magnum. So. Jetzt sprechern. Hätte ich das nicht benutzt, das Psychotikum. So. 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 Na, hallo? So. Morgen. Okay, da komme ich nicht weiter. Boah, jetzt die Mutter nicht wieder das Katzenmaus spielen. Ich hasse das. Oh! Speichern, speichern. Nein, 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 noch nicht, noch nicht, noch nicht, noch nicht, noch nicht. Okay. ok gut spinne ne falsch rum bocke rein misst 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 Pui! Iiii! Ah, scheiße! Iiii! Tausend Pristler! Okay. Ich geh erstmal da durch. Sicher, wo die kommen? Hab ich zwei. Kurbel. Okay, zum Glück. Nimmt das nicht zu viel Platz weg. Ah, da bist du ja. Tschüss. Schiff. Was ist da oben? Ach. Chemikalien. Zui. Schöntes Kind. Ja, na hör mal. Ich wünsch dir, du wärst nie geboren worden. Oho. Unausstehlich. Amselig. Aber immer so herabschauend auf uns. Und. Versuch dein Zuhause. Zu verlassen. Nach allem, was wir für dich getan haben. Amselig. Amselig. Wenn du mein Altar auch nur anfasst, schnack ich dir die Brust ab und serviert dich als Steak. Ja, na lecker. Na lecker. Ähm. Ich glaube, Monis haben ja genug. Dann spare ich wieder Platz weg. Okay. Sturmut. Ach, Mark. Das hätte ich. Scheiße. Ah. Ah. Mitnehmen. Cool. Ähm. Ja. Ah. Ja. Jetzt weiß ich. Ähm. Ich glaube, das muss ich abschießen. Oder? Nochmal? Na, funktioniert nicht. Stück Scheiße. Okay. Weiter geht's. Boah, ich habe Angst, wenn die alte Frodor ist. Boah, ich habe Angst, wenn die alte Frodor ist. Alter, Alter! Da pisst euch! So, macht nun weg! Okay, weiter geht's. Okay, weiter geht's. Oh, die Pitsch kommt. In meine Richtung. Ausgleich in meine Richtung. So will ich das nicht schaffen. Wir müssen noch sterben. Oh, shit. Junge, du hast dir auf nichts zu suchen. Wie kann ich denn sonst da durchgehen? Hier draußen gibt es nichts für dich, Ethan. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Oh. 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 Okay, mein Gesundheit ist im Arsch. okay verdammt Ich hab leider keine Wahl Ich muss das tun Scheiß drauf Mach's einfach Okay, jetzt kann ich den So, Brennstoff, Antike Mützel Ah komm, egal Okay Krieg ich den Schlüssel Okay, wo muss ich jetzt mal hin Oh, mein Gott Okay, echt geschossen, du kleine Ruhe! Oh, was ist das? Okay, okay, komm noch her. Komm noch her! Oh, was ist das? Das ist jenseit von Wooten Böse, hörst du? Jenseit von Wooten Böse! Seige dich! Komm? Jawoll, du Bitch! Hilf mir! Hilf mir! Mein Amster! Schatz, ich muss weg! So, jetzt lässt sie uns in Ruhe. Jetzt können wir schön alles suchen. Oh! Was noch gefehlt hat. So, nix! Okay. Hat wohl nichts gefehlt. So. Kübel lasse ich hier. Hier. Ich bin Kind. Ja. W naprawdę. So, jetzt ein Stück in Ruhe. Hier. Okay, ich bin Ofen! Okay. Wie lange ist es? Ich bin von dir. Oh, da kann ich hier durchgehen. Ah! Die habe ich nicht gesehen. So. Bespeichert. Was ist das? Was ist das? Alter, ich fuhu. Betreffend das Seriousyrum. Der folgende Objekte in der Lage Seriousyrum zu zynitisieren. 1. Seriousyrum. Gehirnnerv. D. Seriousyrum 2. Periphernerv. Ich glaube, das ist es. Und? Hast du ein Seriousyrum gefunden? Musst du mich mit deiner Mama in ihren verdammten Käfern rumschlagen? Eine Warnung, wäre nicht schlecht gewesen. Das tut mir leid. Was ist mit dem Seriousyrum? Hab keins gefunden. Aber ich weiß, was wir dafür brauchen. Ein Kopf und Arm einer D-Serie. Das kann nicht stimmen. Ein Kopf? Ich glaub, den hab ich hier irgendwo rumliegen. Hast du? Ich weiß aber nicht, wo der Arm ist. Hast du das ganze Haus durchsucht? Nein, noch nicht. Ich muss mich noch im oberen Stock hier umschauen. Okay. Schau dort nach. Komm zum Wohnwagen, wenn du ihn hast. Okay. wozu ist das für nichts nichts zu gebrauchen 11 oktober habe habe den ganzen tag ohrensausen und kann nicht mehr schlafen seit das kind aufgetaucht ist so ihr hat schon recht irgendetwas stimmt mit das kind nicht und mit der frau die es mitgebracht hat 15 oktober ist sie und höre dinge wie ständig schlecht bin zum arzt in der stadt gegangen und er hat mich gerönt was passiert mir das kind hat mir ein geschenk gegeben oktober dingsbums habe das geschenk in den geheimraum hinter ihm hinter dem ersten schluck stock gelegt dort wird es niemand finden jener arm ist zeichen des kindes vertrauen jener arm wird uns zur glückseligkeit führen und jeder der dieses glückseligkeit untergräbt dem werde ich kein weiterleben gestatten magdum flinden so antike münze dafür brauche ich eine lampe und wenn man sie hat um die ganze zeit mit der lampe rumgeschwenkt müssen wir hin da müssen wir hin mal war ja klar dass sie noch lebt verfickt klar war das aber ich spreche erst mal so legen lassen Brennstoff, ob ich es brauche Nein, ich lasse es erst mal hier ja, müssen wir ja untergehen Ja, wir müssen Ach, Mann Ja, egal Milchungsglück Was zum Teufel Das ist neu Ja, verdammt neu Okay Was ist das? Schatzfoto Toilette Was ist das? Was ist das? Schatzfoto So, äh, das ist hier Magnum Magnum Anteke Münze brauche ich Und Stabilisierer Stabilisierer entspannt die Muskeln und reduziert Stress, wodurch sie schneller nachladen Sie können, wirkt dauerhaft Nachleidegeschwindigkeit erhöht Okay Es fehlt nun noch sieben Dann müssen wir später gehen Aber Hier werde ich jetzt meinen Cut machen Ja, wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Abo, lasst ein Like da, das würde mich sehr freuen Da werde ich mal sagen Uruwa, ciao, bis dann Euer Jinyakuza Tschüss